Warrior Cats, die neue Prophezeiung, Mondschein, von Erin Hunter, gelesen von Marlin Diekhoff, ein Hörbuch von Bels und Gelberg. Prolog Eine Katze nach der anderen kroch in die Höhle. Ihre Pelze waren schlammverkrustet und in ihren angstvoll aufgerissenen Augen spiegelte sich das kalte Mondlicht, das durch einen Spalt in der Decke in die Höhle fiel. Mit dem Bauch dicht am Boden krochen sie vorwärts. Ihre Blicke huschten von einer Seite zur anderen, als fürchteten sie sich vor Gefahren, die in den Schatten lauerten. Das Mondlicht spiegelte sich in den Pfützen auf dem Höhlenboden. Es beleuchtete ein Wald aus spitzen Steinen, die vom Boden aufragten und auch von der Decke hingen. Einige Steine verbanden sich in der Mitte und formten schlanke Bäume aus leuchtend weißem Fels, zwischen denen ein eisiger Wind hindurch fuhr. Die Luft roch feucht und frisch. Von fern hörte man des tosen fallenden Wassers. Eine Katze trat hinter einem der Spitzensteine hervor. Der lange, muskulöse Körper des Katers war schlank, und sein Pelz war vollständig mit getrocknetem Schlamm bedeckt, sodass ihm das Fell wie Stacheln vom Körper abstand und er wie eine Katze aus Stein aussah. »Welkommen«, miaute er mit rauer Stimme. »Mondlicht liegt auf dem Wasser. Es ist Zeit für eine Weissagung, wie das Gesetz des Stammes der ewigen Jagd es vorschreibt.« Eine der Katzen kroch vor und neigte den Kopf vor der schlammverkrusteten Katze. »Steinsager, hast du ein Zeichen bekommen? Hat der Stamm der ewigen Jagd zu dir gesprochen?« Eine weitere Katze erhob die Stimme. »Gibt es am Ende doch noch Hoffnung?« Steinsager nickte bedächtig. »Ich habe die Worte des Stammes der ewigen Jagd aus dem Muster gelesen, welches das Mondlicht auf die Felsen warf, auch aus dem Schatten des Gesteins und dem Geräusch der Wassertropfen, die von der Decke regneten.« Er ließ seinen Blick über die um ihn versammelten Katzen schweifen. »Sie haben mir gesagt, dass es Hoffnung gibt.« Ein leises Gemurmel wie das Rauschen von Blättern im Wind fuhr durch die Katzengruppe. Alle Augen schienen heller aufzuleuchten. Eine Katze miaute zögernd, »Dann weißt du, wer uns von dieser schrecklichen Gefahr befreien wird?« »Ja, Fels«, antwortete Steinsager, »der Stamm der ewigen Jagd hat mir versprochen, dass eine Katze kommen wird.« »Eine silberne Katze aus einem Stamm, die uns ein für allemal von Schafzahn befreien wird.« Es herrschte Schweigen. Dann fragte eine Stimme aus den hinteren Reihen. »Dann gibt es also noch andere Katzen? Außerhalb des Stammes des eilenden Wassers?« »Ich habe von Fremden gehört,« miaute Fels, »obwohl wir hier Zeit unseres Lebens keine gesehen haben. Aber wann wird die silberne Katze kommen?« Lautes Miauen erhob sich um ihn herum. »Ja, wann?« »Es ist wahr,« miaute Steinsager, »der Stamm der ewigen Jagd hat uns noch nie belogen. Ich selbst habe das silberne Fell in einer mundbeschienenen Pfütze schimmern sehen.« »Aber wann?« »Brenkte Fels.« »Das hat mir der Stamm der ewigen Jagd nicht gezeigt,« antwortete Steinsager. »Ich weiß nicht, wann die silberne Katze kommen wird, auch nicht woher. Aber wenn sie eingetroffen ist, werden wir es erfahren.« Er hob den Kopf zur Höhlendecke und seine Augen leuchteten wie zwei winzige Monde. »Bis das geschieht, Katzen meines Stammes, können wir nur warten.« Mondschein Stumpelz schlug die Augen auf, blinzelte, um wach zu werden, und hatte Mühe, sich zu erinnern, wo er war. Statt in seinem Schilfnest im Flussklernlager lag er zusammengerollt, auf trockenem, verdorrtem Farnkraut. Über seinem Kopf sah er das Erddach einer Höhle, an dem sich miteinander verwobene Zweige kreuzten. Aus der Ferne konnte er ein rhythmisches Rauschen hören. Es verwirrte ihn zunächst, bis ihm einfiel, dass sie sich nahe beim Wassernest der Sonne befanden, das den Rand des Landes unablässig umspülte. Er kniff die Augen zusammen, als ihm plötzlich das Bild vor Augen stand, wie er und Brombeerkralle im Wasser um ihrer beider Leben gerungen hatten. Zu Hause beim Flussklern war er an Wasser gewöhnt. Die Katzen seines Clans waren die einzigen, die sich in dem Fluss, der durch ihren Wald floss, gefahrlos aufhalten konnten. Aber dieses wogende, salzige, stoßende und ziehende Wasser war selbst für eine Flussklankatze zu stark, um sicher darin zu schwimmen. Weitere Erinnerungen stürzten auf ihn ein. Der Sternenclan hatte Katzen aus allen vier Clans auf eine lange, gefahrvolle Reise geschickt, um zu erfahren, was Mitternacht ihnen zu sagen hatte. Sie hatten sich ihren Weg durch unbekanntes Gebiet erkämpft, um am Ende eine höchst unglaubliche Entdeckung zu machen. Mitternacht war eine Dexin. Stumpels spürte, wie ihm Eiseskälte in die Glieder kroch, als er sich an Mitternachts grauenhafte Botschaft erinnerte. Zwei Beiner zerstörten den Wald, um einen neuen Donnerweg zu bauen. Alle Clans würden fliehen müssen, und es war die Aufgabe der vom Sternenclan auserwählten Katzen, sie zu warnen und sie in eine neue Heimat zu führen. Stumpels setzte sich auf und sah sich in der Höhle um. Die Dexin Mitternacht war nirgends zu sehen. Dicht neben Stumpels schlief Federschweif, seine Schwester, und hatte den Schwanz über die Nase gelegt. Gleich hinter ihr rote Bernsteinpelz, die temperamentvolle Schattenclankriegerin. Der Rattenbiss, den sie im Zweibeinerort abbekommen hatte, schien ihr jetzt nicht mehr so viele Schmerzen zu bereiten. Mitternacht hatte die Wunde mit Kräutern aus ihrem Vorrat versorgt, um die Infektion zu bekämpfen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Höhle, ein bisschen weiter weg, lag der Windclan-Schüler Krähenpfote, dessen dunkelgraues Fell zwischen den Fahnenwedeln kaum zu erkennen war. Nahe beim Höhleneingang hatte sich Bernsteinpelzbruder Brombeerkralle neben Eichhornpfote ausgestreckt, die fest zusammengerollt schlief. Stumpels durchfuhr ein Stich der Eifersucht beim Anblick der beiden Donnerklankatzen, den er zu ignorieren versuchte. Er wusste, dass er seine Gefährten wecken sollte, damit sie ihren langen Rückweg durch den Wald antreten konnten. Lass ihn noch ein bisschen schlafen, dachte er jedoch. Für das, was vor uns liegt, brauchen wir all unsere Kraft. Er schüttelte die Farnblätter aus dem Pelz und suchte sich einen Weg über den sandigen Höhlenboden und durch den Tunnel ins Freie. Eine steife Brise zauste ihm das Fell, als er den federnden Grasboden betrat. Direkt vor ihm lag der Rand der Klippe, und dahinter erstreckte sich eine endlose schimmernde Wasserfläche, in der sich das fahle Morgenlicht spiegelte. Stumpels öffnete das Maul, um die Luft aufzunehmen und den Geruch von Beute aufzuspüren. Stattdessen wurden seine Sinne von dem intensiven Gestank nach Dachs überflutet. Er entdeckte Mitternacht, die auf dem höchsten Punkt der Klippe saß und ihre kleinen glänzenden Augen fest auf die verblassenden Sterne geheftet hatte. Hinter ihr, am fernen Ende der Moorlandschaft, tauchte ein Lichtstreifen auf, wo die Sonne bald aufgehen würde. Stumpels tappte zu ihr und setzte sich neben sie. »Guten Morgen, grauer Krieger«, hieß Mitternacht ihn mit ihrer Polterstimme willkommen. »Schlaf hast du genug gehabt?« »Ja, danke, Mitternacht.« Stumpels kam es immer noch seltsam vor, sich mit ihr freundlich zu unterhalten, da Dachse stets zu den Todfeinden der Katzenclans gehört hatten. Mitternacht war jedoch kein gewöhnlicher Dachs. Sie schien dem Sternenclan näher als jeder Krieger. Außerdem war sie weit gereist und hatte irgendwie so viel Weisheit erlangt, dass sie die Zukunft vorhersagen konnte. Noch immer hatte sie die Augen auf die letzten Sterne am Morgenhimmel gerichtet. »Kannst du da wirklich Zeichen vom Sternenclan lesen?« fragte er neugierig in der wagen Hoffnung, dass die schrecklichen Botschaften der vergangenen Nacht im Licht des Morgens verschwinden würden. »Vieles ist überall zu lesen«, antwortete die Dexin. »In Sternen, in fließendem Wasser, in aufblitzendem Licht auf Wellen. Ganze Welt spricht, wenn Ohren offen zu hören. Dann bin ich wahrscheinlich taub, miaute Sturmpelz. Mir kommt die Zukunft finster vor. »Ist nicht so, trauer Krieger«, erwiderte Mitternacht. »Sieh her«, sie deutete mit ihrer Schnauze auf das Wasser, wo sich ein einzelner Krieger des Sternenclans direkt über dem Horizont immer noch spiegelte. »Sternenclan hat unser Treffen gesehen. Zufrieden sind sie und Hilfe werden sie geben, wenn finstere Tage kommen.« Sturmpelz sah zu dem funkelnden Lichtpunkt auf und stieß einen leisen Seufzer aus. Er war keine Heilerkatze, die wusste, wie man sich mit den Kriegerahnen Zungen gibt. Seine Aufgabe bestand darin, seine Kraft und sein Können in den Dienst seines Clans zu stellen. Und jetzt in den Dienst aller Waldkatzen. Mitternacht hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass alle Clans untergehen würden, wenn sie diesmal nicht gemeinsam ans Werk gingen. Mitternacht, wenn wir nach Hause gehen, ein Jaulen unterbrach ihn. Er wandte sich um und sah, wie Eichhornpfote aus dem Tunnel zum Dachsbau gestürzt kam. »Ich bin am Verhungern«, verkündete sie. »Wo gibt's hier Beute?« »Beweg dich und lass uns raus«, ertönte Krähenpfotes gereizte Stimme hinter ihr. Eichhornpfote hüpfte zur Seite und der Windclanschüler tauchte auf, dicht gefolgt von Federschweif, die sich anschließend wohlig im Morgenlicht streckte. Stumpels erhob sich und sprang über das raue Moorland Gras, um seine Schwester Nase an Nase zu begrüßen. Er hatte eigentlich nicht zu den vom Sternenclan erwählten Katzen gehört, aber er hatte darauf bestanden, die Reise mit anzutreten, um Federschweif zu beschützen. Mitternacht nickte den Katzen zur Begrüßung zu. »Bernsteinpilz geht es heute schon viel besser«, berichtete Federschweif. »Wurzel ist gut«, polterte die Dechsin. »Jetzt reist verletzter Krieger gut.« Und da trat auch schon Bernsteinpilz aus dem Tunnel. Erleichtert stellte Sturmpilz fest, dass sie nach dem langen Schlaf viel kräftiger aussah und kaum noch hinkte. Hinter Bernsteinpilz schob sich ihr Bruder Brombeerkralle ins Freie und blieb blinzelnd im Licht der aufgehenden Morgensonne stehen. »Es ist schon fast hell«, miaute er. »Es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen.« »Aber erst müssen wir essen«, jammerte Eichhornpfote. »Mein Magen grollt lauter als die Monster auf dem Donnerweg.« Sturmpilz war ebenfalls hungrig, dennoch teilte er Brombeerkralles Ungeduld. »Wie würden sie sich fühlen, wenn sie zu lange zögerten und dann feststellen müssten, dass Katzen deswegen gestorben waren?« Ein Ausdruck von Ungeduld und Ärger huschte über Brombeerkralles Gesicht und mit fester Stimme antwortete er, »Wir werden Unterwegsbeute machen. Wenn wir erst wieder in den Wäldern sind, können wir uns eine anständige Jagd leisten.« »Besser wüsterischer Fellball«, murmelte Eichhornpfote. »Brombeerkralle hat recht«, miaute Bernsteinpilz. »Wer weiß, was zu Hause passiert. Wir dürfen keine Zeit verlieren.« Zustimmendes Miauen erhob sich unter den übrigen Katzen. Sogar Krähenpfote, der Brombeerkralles Entscheidungen noch häufiger infrage stellte, als Eichhornpfote, hatte keine Einwände. Erstaunt erkannte Sturmpelz, wie ihre lange Reise und die Bedrohung aller ihrer Clans aus einem Haufen streitsüchtiger Rivalen eine vereinte starke Gruppe gemacht hatte, die nur ein Ziel verfolgte, ihre Clangefährten zu retten und das Gesetz der Krieger zu wahren, das sie so lange beschützt hatte. Ein warmes Gefühl der Zusammengehörigkeit durchströmte Sturmpelz. Hier hatte er Freunde gefunden, die ihm zur Seite standen, ohne ständig über Clan-Unterschiede nachzudenken. Brombeerkralle trat zu Mitternacht und neigte den Kopf. »Der Dank aller Clans möge dich begleiten«, miaute er. Mitternacht knurrte. »Zeit ist noch nicht für Abschied nehmen. Komme ich mit bis zu den Wäldern, will sicher gehen, dass ihr wisst, den richtigen Weg.« Und schon trottete sie los. Der Himmel vor ihnen war hell geworden, als die Sonne ihren Weg über den Horizont antrat. Die untergehende Sonne hatte ihre Reise zum Wassernest der Sonne begleitet. Nun würde die aufgehende Sonne ihnen den Heimweg weisen. »Also, worauf warten wir denn noch?«, fragte Eichhornfote und stürmte los, um Mitternacht zu überholen. Ihr Clangefährte Brombeerkralle folgte ihr langsamer. Bernstein-Pelz an seiner Seite hinkte zwar noch, aber die Nachtruhe schien sie wirklich erfrischt zu haben. In ihren Augen stand zu lesen, wie entschlossen sie war, die lange Heimreise zu bewältigen. Federschweif trottete mit hoch aufgerichtetem Schwanz neben ihr. Brombeerkralle genoss ganz offensichtlich den strahlenden Morgen, während Krähenfote mit angespannten Muskeln und gespitzten Ohren energisch vorantrabte, jederzeit bereit, auftauchenden Problemen entgegenzutreten. Sturmpelz, der die Nachhut bildete, schickte ein stilles Gebet zum Sternenklan. »Leitet unsere Pfoten und bringt uns alle sicher heim.« Die Sonne kletterte höher und ein laues Lüftchen wehte über das Gras. Der Geruch von Kaninchen strich Sturmpelz um die Nase und das Wasser lief ihm im Maul zusammen. Aus dem Augenwinkel sah er einen weißen Stummelschwanz davonhüpfen. Augenblicklich schoss Krähenpfote hinter dem Kaninchen her. »Warte! Wo willst du hin?« rief Brombeerkralle hinter ihm her. Aber der Windklanschüler war bereits zu weit weg. Verärgert peitschte der gestreifte Krieger mit dem Schwanz. »Hört er denn niemals zu?« »Er wird gleich wieder da sein«, besänftigte ihn Federschweif. Doch da tauchte der dunkelgraue Schüler bereits wieder auf der Anhöhe auf. Im Maul schleppte er ein Kaninchen, das fast so groß war wie er selbst. »Hier!«, miaute er mürrisch und ließ es ihnen vor die Pfoten fallen. »Das hat doch nicht lange gedauert, oder? Ich nehme an, wir dürfen eine Pause machen, um zu essen?« »Natürlich«, antwortete Brombeerkralle. »Entschuldige, Krähenpfote, ich hatte vergessen, wie schnell Windklangkatzen sein können. Auf diesem Moorland musst du dich fast wie zu Hause fühlen.« Alle sechs Katzen versammelten sich um die Frischbeute. Sturmpelz zuckte zusammen, als er Federschweifs Augen vor Bewunderung aufleuchten sah. Seine Schwester konnte doch unmöglich an Krähenpfote Gefallen finden. Wo er doch ständig diskutierte und drängelte, als wäre er bereits ein Krieger. Einer Katze aus einem anderen Clan und noch dazu einem Schüler stand es nicht zu, seiner Schwester nachzulaufen. Dann glitt Sturmpelz Blick hinüber zur Eichhornpfote. Durfte er Federschweif kritisieren, wo er doch selbst die kleine Schülerin so sehr mochte? Aber, redete er sich ein, welche Katze würde die tapfre, kluge Donnerclan-Schülerin nicht mögen? Und er würde ganz sicher nichts mit einer Katze eines anderen Clans anfangen, mit der er schließlich keine gemeinsame Zukunft haben konnte. Sturmpelz seufzte und schlangen seinen Anteil Frischbeute hinunter. Während die Katzen aßen, wartete Mitternacht einige Schwanzlingen entfernt. Sturmpelz sah, wie sie mit ihren starken Krallen Gras aus dem Moorboden riss und die Larven und Käfer aufschleckte, die sie aufgestört hatte. Im grellen Sonnenlicht fiel es ihr sicher nicht leicht, nach Nahrung zu suchen. Sobald die Katzen Krähenfotes Beute verzehrt hatten, setzten sie sich erneut Richtung Sonnenaufgang in Bewegung. Es wurde Sonnenhoch, bis sie oben auf einem kleinen Hügel angekommen waren und den Waldrand vor sich sahen. Der Schatten unter den Bäumen wirkte auf Sturmpelz so einladend wie fließendes Wasser, nachdem sie in der Hitze über das ungeschützte Moorland gewandert waren. Während sie sich dem Waldrand näherten, entdeckte er im hohen Gras etwas unter einem Busch, das wie ein zotteliger brauner Fellklumpen aussah. Sein Schwanz zuckte nicht gerade erfreut, als er den alten Tigerkater erkannte, der sie auf dem Hinweg durch den Zweibeinerort gebracht und sie dabei ständig in die Irre geführt hatte. »Hallo, Charlie!«, rief Brombeerkralle. »Wir sind wieder da!« Ein großer, runder Kopf tauchte unter dem Fellklumpen auf. Der alte Kater rappelte sich auf die Pfoten und machte ein paar Schritte auf sie zu, nachdem er die welken Blätter aus seinem ungepflegten Pelz geschüttelt hatte. »Das glaube ich ja nicht!«, rief er aus. »Hätte nie gedacht, dass ich euch nochmal wiedersehe!« Plötzlich brach er ab. Seine Augen starrten auf einen Punkt hinter Sturmpelz' Schulter. »Ganz still! Rührt kein einziges Schnurrhaar!«, fauchte er. »Direkt hinter euch ist ein Dachs! Ich kenne da ein paar Kampftricks, die...« »Nicht nötig, Charlie!«, fiel ihm Sturmpelz ins Wort. »Das ist Mitternacht. Sie ist eine Freundin!« Der betagte Tigerkater starrte Sturmpelz mit offenem Mund an. »Eine Freundin? Mit einem Dachs freundet man sich nicht an, Grünschnabel! Den kann man nicht mal ne Mauselänge weit trauen!« Sturmpelz warf Mitternacht einen ängstlichen Blick zu. Zu seiner Erleichterung sah sie genauso belustigt aus wie Eichhornpfote. Ihre winzigen schwarzen Augen blitzten. »Darf ich dir Charlie vorstellen?«, miaute Sturmpelz. »Er hat uns durch den Zweibeinerort geführt.« Mitternacht trottete zu dem alten Kater. Wenig überzeugt, duckte sich Charlie. Sein Nackenfell sträubte sich und er entblößte fauchend seine brüchigen Zähne. »Hier ist kein Kampf,« versicherte ihm Mitternacht. »Freund von meinen Freunden ist mein Freund auch.« »Viel haben sie von dir erzählt.« Charlies Ohren zuckten. »Kann ich behaupten, dass ich besonders entzückt werde, dich kennenzulernen,« brummelte er. »Aber du bist vermutlich in Ordnung, wenn sie das sagen.« Er zog sich an Brombeerkralles Seite zurück. »Wozu vertrödeln wir hier unsere Zeit?«, wollte er wissen. »Hier gibt's überall Aufrecht, Geher und Hunde. Verabschiedet euch und dann machen wir uns auf den Weg.« »Moment mal!«, beschwerte sich Eichhornpfote lauthals bei Brombeerkralle. »Du hast gesagt, wir dürfen erst jagen!« »Also gut,« miaute Brombeerkralle. »Verteilen wir uns und jagen schnell. Wir treffen uns da wieder, wo wir beim letzten Mal übernachtet haben. Bernstein-Pilz, willst du gleich dorthin gehen?« Mit funkelnden Augen antwortete die Schattenklankriegerin, »Nein! Ich kann genauso gut jagen wie ihr!« Bevor eine der Katzen antworten konnte, war Mitternacht zu ihr getrottet und stupste sie leicht mit der Schnauze an. »Närische Kriegerin!«, brummelte sie. »Ausruhen, solange möglich! Zeig mir Lagerplatz! Ich bleibe, wenn noch Sonne hoch! Kehre heim im Dunklen!« Bernstein-Pilz gab sich geschlagen. »Also gut, Mitternacht!« Sie trat tiefer in den Wald hinein und folgte dem Bachlauf bis zu der Senke, in der die Katzen auf ihrem Hinweg gerastet hatten. Sturm-Pilz fühlte sich hier auf dem offenen Moorland wohl. Es würde ihm gut tun, sich eine Weile abzulenken und mit Federschweif zu jagen, sowie zu Hause. Aber als er sich umwandte, um seine Schwester anzusprechen, sah er, dass Krähenpfote dicht neben ihr stand. »Willst du mit mir jagen?«, fragte der Schüler leise, zögernd und verlegen zugleich. »Zu zweit sind wir besser.« »Das wäre toll!«, Widerschweifsaugen leuchteten. Dann entdeckte sie Sturm-Pilz und sah sogar noch verlegener aus als der Windklankater. »Äh, warum jagen wir nicht alle zusammen?« Krähenpfote wandte den Blick ab und Sturm-Pilz spürte, wie sein Nackenfell zu kribbeln begann. »Nein, ich gehe lieber allein!«, versetzte er, wirbelte herum und verschwand im Unterholz. Wobei er so tat, als hätte er die Enttäuschung in den blauen Augen seiner Schwester nicht bemerkt. Wenig später hatte er eine im Laub umherhuschende Maus entdeckt und erledigte sie mit einem gezielten Schlag. Befriedigt kratzte er Erde über den kleinen Körper, um sie später einzusammeln. Bald hatte er seinen Vorrat um ein Eichhörnchen und eine weitere Maus erhöht und machte sich auf den Weg zum Treffpunkt. Als er beim Lagerplatz eintraf, sah er Bernsteinpelz ausgestreckt im Schatten eines Weißdornbusches liegen, wobei ihr schildpartfarbenes Fell im gesprenkelten Sonnenlicht kaum zu sehen war. Mitternacht lag bei ihr und döste. Auf Bernsteinpelz verletzter Schulter lag wieder frisch zerkaute Klettenwurzel. Brombeerkralle kauerte auf einem tief überhängenden Ast über Bernsteinpelz und hielt offensichtlich Wache, während Federschweif und Krähenpfote sich direkt darunter ein Eichhörnchen teilten. Als Sturmpelz seine Beute auf dem kleinen Frischbeutehaufen in der Mitte der Senke fallen ließ, tauchte Eichhörnpfote am Rand der Kuhle auf, sie zerrte ein Kaninchen hinter sich her und Charlie folgte mit einigen Mäusen zwischen den Zähnen. »Gut, dass wir alle wieder zusammen sind, miaute Brombeerkralle. Essen wir und dann machen wir uns auf den Weg.« Sturmpelz nahm eine seiner Mäuse mit zu Federschweif und ließ sich auf ihrer anderen Seite nieder. »Erfolgreich gejagt?«, fragte er. Federschweif blinzelte ihn an. »Großartig, danke. Hier gibt es massenhaft Beute. Wie schade, dass wir nicht länger bleiben können.« Sturmpelz hätte ihr gern zugestimmt, wusste aber, dass die Gefahr, die ihn zu Hause drohte, zu groß war, um eine Verzögerung in Kauf zu nehmen. Er hatte gerade den letzten Rest seiner Frischbeute hinuntergeschluckt, als er ein leises Knurren hinter sich hörte. Er sah, wie Brombeerkralle den Kopf hob, seine gelben Augen leuchteten wachsam. Sturmpelz nahm einen vertrauten Duft wahr und schon traten am Bachlauf zwei geschmeidige, rotbraune Gestalten aus dem Farnbüscheln. Füchse! Eine Windböe fuhr durch die Bäume im Lager des Donnerclans. Einige Blätter rieselten herab und die Morgenluft war kühl. Blattpfote saß vor dem Bau der Heilerin und schloss die Augen. Sie schauderte, als ihr klar wurde, dass nicht nur die Blattleere bevorstand. Sie musste daran denken, was sie an jenem Tag auf der Patrouille mit ihrem Vater Feuerstern gesehen hatte. Das größte Monster, das die Katzen je zu Gesicht bekommen hatten, hatte sich einen todbringenden Weg durch den Wald gebahnt. Das glänzende Monster war unbeirrbar durch den Farn gezogen, röhrend und rauchspuckend, und die Katzen waren hilflos vor ihm auseinandergestoben. Zum ersten Mal hatte Blattpfote die Gefahr für den Wald verstanden, die ihnen inzwischen zweimal prophezeit worden war. Unheil kam über den Wald, und Blattpfote wusste nicht, was irgendeine Katze tun konnte, um es abzuwenden. »Ist alles in Ordnung, Blattpfote?« miaute Ampfer-Schweif, die sich Blattpfote näherte. Sie blinzelte. Das Bild von Rauch, berstenden Bäumen und kreischenden Katzen verblasste. Und zartgrüne Fahnenwedel und der glatte graue Fels, in dem sich Rußpelzbau befand, traten in den Vordergrund. Sie war in Sicherheit. Der Donnerclan war immer noch hier. Aber wie lange noch? »Ja, alles klar«, antwortete sie. Sie war hungrig und machte sich auf zum Frischbeutehaufen. Am Verschweif folgte ihr. Weißpfote und Weidenpfote rauften vor dem Bau der Schüler in den warmen Strahlen der Morgensonne, während ihnen Rauchfels drei Junge mit riesigen bewundernden Augen zusahen. Ihre Mutter saß vor dem Eingang zur Kinderstube und wusch sich, wobei sie ihren Wurf im Auge behielt. Die Morgenpatrouille, Borkenpelz, Mausefell und Spinnenpfote drängten gerade aus dem Ginstertunnel auf die Lichtung. Borkenfels beobachtete Rauchfell mit seinen Jungen. Blattpfote wusste, dass seit der gestrigen Patrouille Gerüchte im Lager umherschwirrten. Im Morgengrauen hatte Feuerstern seinen zweiten Anführer Graustreif, Blattpfotes Mutter Sandsturm und Rußpelz zu einem Treffen in seinem Bau gerufen. Bevor Blattpfote mit Amperschweif den Ginstertunnel erreichte, erschien Feuerstern am Eingang seines Baus unter dem Hochstein. Graustreif, Sandsturm und Rußpelz, die hinter ihnen herhumpelte, folgten ihm hinaus auf die Lichtung. Der Anführer sprang auf den Hochstein, sein flammenfarbenes Fell glühte wie das Feuer, nachdem er benannt worden war. Alle Katzen, die alt genug sind, Beute zu machen, mögen sich hier unter dem Hochstein zu einem Clantreffen versammeln, rief er. Blattpfote zog sich der Magen zusammen, als Amperschweif sie sacht durch die zusammengelaufene Katzen nach vorn drängte. Katzen des Donnerklans, hob Feuerstern an. Ich, ich weiß nicht, ob jemals ein Anführer seinen Clan in eine so finstere Zukunft führen musste, wie ich sie jetzt vor mir sehe. Vor einiger Zeit warnte mich Rabenfote vor weiteren Zweibeineraktivitäten am Donnerweg. Damals hielt ich das für unbedeutend, aber gestern... Eine angespannte Stille hatte sich über die Lichtung gesenkt. So ernsthaft sprach Feuerstern nur selten. Meine Patrouille hielt sich unweit der Schlangenfelsen auf, als wir ein Monster der Zweibeiner sahen, das den Donnerweg verließ. Es riss die Erde auf und stieß Bäume um. Es... Aber das ist doch lächerlich, unterbrach ihn Schlammfell. Monster verlassen niemals den Donnerweg. Ist das vielleicht wieder einer von seinen Träumen? Borkenpelz hatte so leise gefragt, dass Feuerstern ihn nicht hören konnte, aber Blattpfote hatte die Worte aufgeschnappt. Bisschen zu viel Frischbeute gestern Abend. Halt die Klappe und hör zu! Wolkenschweif, Feuersterns Neffe, funkelte Borkenpelz an. Ich habe es auch gesehen, bestätigte Graustreif von seinem Platz am Fuß des Hochsteins. Grabesstille trat ein nach seinen Worten. Blattpfote sah, wie sich die Katzen unsichere und verängstigte Blicke zuwarfen. Was hat Rußpelz dazu zu sagen? meldete sich Fleckenschweif aus der Gruppe der Ältesten zu Wort. Hat dir der Sternenclan irgendwas gezeigt? Die Heilerin erhob sich auf die Pfoten und blieb mit ruhigem Blick in ihren blauen Augen vor dem Clan stehen. Bevor sie antwortete, sah sie auf und begegnete Feuersterns Blick. Blattpfote war sich sicher, dass beide an die Vision von Feuer und Tiger dachten, die Rußpelz in einem brennenden Fahnenbüschel gesehen hatte. Da nickte Feuerstern. Die Zeichen des Sternenclans sind nicht eindeutig, gab Rußpelz zu. Ich sehe eine Zeit der großen Gefahr und Veränderung für den Wald. Ein schreckliches Unheil steht uns allen bevor. Dann seid ihr also gewarnt worden? Warum habt ihr uns bis jetzt nichts gesagt? beklagte sich Mausefell und peitschte mit dem Schwanz. Sei doch nicht so mäusehirnig, fauchte Wolkenschweif. Wozu hätte das gut sein sollen? Was könnten wir denn tun? Den Wald verlassen? Und dann wohin? In einer fremden Gegend umherziehen, während die Blattleere bevorsteht? Dir könnte das vielleicht gefallen, Mausefell, mir aber nicht. Wenn du mich fragst, hatten Brombeerkralle und Eichhornpfote genau die richtige Idee, flüsterte Schlammfell seinem Bruder Regenpelz zu. Sie haben sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Blattpfote war die einzige Katze im Clan, die wusste, dass Eichhornpfote und Brombeerkralle sie verlassen hatten, um eine Mission des Sternenclans zur Rettung des Waldes vor der entsetzlichen Gefahr zu erfüllen. Sturmpelz und Federschweif, Graustreifs Junge im Flussclan, waren mit ihnen gegangen und auch Katzen aus dem Windclan und dem Schattenclan. Die Gefahr war bereits eingetreten, erkannte Blattpfote mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, und die verschwundenen Katzen waren noch nicht zurückgekehrt. Rußpels ruhiger Blick wanderte über die schweigend wartenden Katzen. »Großes Unheil steht uns bevor«, wiederholte sie. »Aber ich glaub nicht, dass der Donnerclan untergehen wird.« Die Katzen des Clans sahen einander an, verwirrt und verängstigt. Dann brachen überall Geheul, Jaulen und Entsetzensschreie aus. Im Angesicht des Schreckens der sich nähernden Monster konnten nur wenige Clankatzen Rußpels Beteuerungen Glauben schenken. Rauchfels schlang schützend den Schwanz um ihre drei Jungen. »Was sollen wir tun?«, heulte sie. Borkenpelz presste ihr tröstend die Nase an die Flanke. »Uns wird schon etwas einfallen«, versprach er. »Wir werden den Zweibeiner zeigen, dass das hier unser Platz ist.« »Und was schlägst du vor, wie wir das anstellen sollen?«, erkundigte sich Mausefellbarsch. »Zweibeiner tun doch immer nur, was sie wollen.« »Ihre Monster werden sämtliche Beute verjagen«, fügte Aschenpelz hinzu. »Wie wir wissen, ist der Wald leergefickt wie nie zuvor, und die Blattleere steht bevor. Was werden wir essen?« Erneut erhob sich entsetztes Jaulen und etliche Herzschläge verstrichen, bis Feuerstern sich wieder Gehör verschaffen konnte. »Bevor wir entscheiden, was zu tun ist, müssen wir mehr wissen«, miaute er, als sich der Lärm gelegt hatte. »Was gestern geschehen ist, hat sich in der Nähe der Schlangenfelsen zugetragen, ziemlich weit weg von hier. Möglicherweise rücken die Zweibeiner gar nicht weiter vor.« »Warum sollte uns der Sternenclan dann all die Warnungen schicken?«, fragte Dornenkralle. »Wir müssen uns der Situation stellen, Feuerstern. Wir können nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre.« »Ich werde zusätzliche Patrouillen einrichten«, versicherte ihm Feuerstern, »und ich werde versuchen, mit dem Schattenclan zu sprechen. Es ist in der Nähe ihrer Grenze passiert, und sie könnten auch in Schwierigkeiten stecken.« »Nichts von dem, was einem der Schattenclan erzählt, kann man glauben«, knurrte Wolkenschweif. »Kann schon sein«, antwortete Feuerstern. »Aber wenn die Zweibeiner in ihr Territorium eingedrungen sein sollten, sind sie vielleicht bereit zu reden, damit wir uns gegenseitig helfen können.« »Wir müssen alle auf der Hut sein«, fuhr Feuerstern fort. »Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, will ich es erfahren. Wir haben die Überschwemmung und das Feuer überlebt. Wir haben Tigersterns Hundemeute überlebt und die Bedrohung durch Geißel und den Blutclan. Das hier werden wir auch überleben.« Er sprang vom Hochstein und zeigte damit an, dass die Versammlung beendet war. Sofort teilten sich die Katzen auf der Lichtung in verängstigte kleine Grüppchen auf. Feuerstern und Rußpelz wechselten ein paar Worte, dann trat Rußpelz zu Blattpfote. »Feuerstern wird sich sofort auf den Weg zum Schattenclan machen«, verkündete die Heilerin. »Er möchte, dass du ihn begleitest.« Aufregung und Besorgnis nagten an Blattpfote. »Warum ich?« »Er will seine beiden Heilerinnen dabei haben. Er glaubt, wenn wir bei ihm sind, wird Schwarzstern begreifen, dass wir nicht auf einen Kampf auf sind.« Rußpelz' blaue Augen funkelten. »Trotzdem hoffe ich, dass du deine Kampftechniken in letzter Zeit geübt hast.« Blattpfote schluckte. »Ja, Rußpelz.« »Gut.« Mit der Schwanzspitze forderte sie die Heilerschülerin auf, sie zu Feuerstern zu begleiten, der am Eingang zum Ginstertunnel schon auf sie wartete. Auch Graustreif und Farnpelz standen bei ihm. »Gehen wir,« miaute Feuerstern. »Und denkt dran. Ich will keinen Ärger. Wir werden nur reden.« Graustreif schnaubte verächtlich. »Das musste dem Schattenclan sagen. Wenn uns eine Patrouille in ihrem Territorium erwischt, werden sie uns zerfetzen, sobald sie uns sehen.« »Hoffentlich nicht,« antwortete Feuerstern mit Nachdruck. »Wenn die Zweibeiner unsere beiden Clans bedrohen, dürfen wir unsere Kräfte nicht durch unnötige Kämpfe verschwenden.« Er führte die Patrouille auf direktem Weg Richtung Schlangenfelsen, und Blattpfude wurde bald klar, dass er auf die Stelle zusteuerte, an der die Monster den Donnerweg verlassen hatten. Bevor sie etwas sehen konnte, stieg ihr schon der Geruch nach Monstern und schwerer aufgebrochener Erde in die Nase. Als sie den Gipfel der Anhöhe zum Donnerweg erreicht hatte, blieb sie stehen und spähte durch ein Büschel Farnkraut. Direkt unter ihr war ein breiter Grasstreifen bis hin zum Donnerweg aufgewühlt. Bäume, die ihre Wurzeln in die Höhe streckten, lagen am Boden. Es herrschte absolute Stille. Blattpfude konnte keinen einzigen Vogel hören, nirgendwo raschelte Beute im Gras. Aber das Monster war fort, und der Geruch nach Zweibeinern abgestanden. Heute sind sie nicht hier gewesen, miaute Graustreif. Was sie sich auch vorgenommen haben mögen, vielleicht sind sie damit schon fertig. Darauf würde ich mich nicht verlassen, antwortete Feuerstern knapp. Es ist grauenhaft, Farnpelz hörte sich an wie betäubt. Warum zerstören Sie den Wald, Feuerstern? Feuersterns Schwanzspitze zuckte. Warum tun zwei beinahe überhaupt irgendwas? Wenn wir das wüssten, hätten wir es im Leben viel einfacher. Er führte sie am Rand der zerstörten Fläche den Donnerweg entlang. Blattpfude drehte sich der Magen um, als sie noch mehr Bäume sah, die auf dem Territorium des Schattenclans gefällt worden waren. Seht euch das an! Graustreifs Stimme zitterte vor Entsetzen. Du hattest recht, Feuerstern. Der Schattenclan hat genau das gleiche Problem. Das sollte unser Gespräch mit Schwarzstern leichter machen. Feuerstern gab sich Mühe, überzeugend zu klingen. Ein Monster, kleiner als die Baumfresser, röhrte ohrenbetäubend laut auf dem Donnerweg vorbei. Blattpfude zuckte zusammen, darauf gefasst, dass es zu ihnen in Richtung des Waldes abbiegen könnte. Es blieb aber auf dem Donnerweg und rumpelte davon, bis es zwischen den Bäumen verschwand. Ein weiteres Monster folgte ihm, anschließend raste ein drittes auf der gegenüberliegenden Seite vorbei. Hier möchte ich nicht rüber, flüsterte Graustreif und blinzelte sich den Staub aus den Augen. Feuerstern nickte. Wir überqueren beim Baumgefiert den Bach und gehen durch den Tunnel, entschied er, und hoffen, dass wir auf dieser Seite des Donnerwegs keinem Schattenclankrieger begegnen. Sie erreichten den Bach, überquerten ihn über die Trittsteine und folgten Feuerstern die Uferböschung hinauf. Ein leichter Wind wehte auf sie zu, der den Geruch nach Schattenclan mit sich trug. Feuerstern und Graustreif erneuerten an der Grenze die Duftmarken, bevor Feuerstern als erster auf den Tunnel zusteuerte, der unter dem Donnerweg hindurchführte. Erleichtert stellte Blattpfote fest, dass in diesem Teil ihres Territoriums nichts auf Schattenclankrieger hinwies. Die Ältesten hatten ihr viele Geschichten über die finstere Vergangenheit dieses Clans erzählt. Von Braunstern, der zum Mörder seines eigenen Vaters wurde, bis zum verräterischen Tigerstern, der sich nach seiner Verbannung aus dem Donnerclan selbst zum Anführer des Schattenclans gemacht hatte. Mit Schwarzstern, dem jetzigen Anführer, hatte es bislang noch keinen Ärger gegeben. Blattpfote wusste aber, dass Feuerstern ihm trotzdem nicht traute. Blattpfote tauchte zitternd in die dichte Finsternis des Tunnels unter dem Donnerweg ein. Auf der Schattenclan-Seite war die Erde unter ihren Pfoten feucht und morastig. Hier und da gab es mit Schilf gesäumte Teiche und nur wenige hohe Bäume, ganz anders als der Wald, der das Donnerclan-Lager schützte. Blattpfote, Rußpelz, haltet euch dicht hinter mir. Braustreife und Farnpelz, verteilt euch und seid wachsam. Und denkt daran, wir wollen keinen Ärger, miaute Feuerstern und steuerte auf einige Büsche zu. Blattpfote trottete hinter Feuerstern her, tiefer hinein in das Territorium des Schattenclans. Sie ekelte sich vor dem Schlamm, in den ihre Pfoten bei jedem Schritt versanken. Plötzlich blieb Farnpelz stehen und deutete mit dem Schwanz auf ein dünnes Stück Holz. Feuerstern, komm her und sieh dir das an! Ein Zweig konnte es nicht sein, dafür war es zu glatt und regelmäßig, und außerdem ragte es senkrecht aus der Erde, ungefähr so hoch wie eine Katze. Es riecht nach Zweibeinern, berichtete er. Da drüben ist noch eins, rief Blattpfote, als sie wenige Fuchslängen entfernt ein ähnliches Stück Holz entdeckte. Und noch eines, alle in einer Reihe, was haben sie? Sie verstummte, denn als sie auf das nächste Holzstück zusprang, raschelte es vorher im Gebüsch und drei Katzen traten heraus. Rostfell, die dunkelrote Kätzin und zweite Anführerin des Schattenclans erkannte sie sofort. Die beiden anderen Krieger, einen dunkelgrauen Kater und eine schlanke Tigerkatze mit zerfetztem Ohr, hatte sie noch nie gesehen. Blattpfote schluckte nervös. Feuerstern sprang bereits hinter ihr her. Sei gegrüßt, Rostfell, miaute er. Ihr haltet euch in unserem Territorium auf, fauchte die zweite Anführerin des Schattenclans. Mit einem Schwanz schnippen winkte sie ihre Krieger zu sich heran. Blattpfote blieb kaum Zeit auszuweichen, als der dunkle Krieger sie schon ansprang. Sie spürte seine Krallen an ihrer Flanke, doch sie rollte weg und kam wieder auf die Pfoten, wie sie es in ihren Trainingsstunden gelernt hatte. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie sich Rostfell und Rußpelz eine Schwanzlänge von ihr entfernt umkreisten. Graustreif hatte den Tigerkater zu Fall gebracht und hielt ihn am Boden fest, während Farnpelz und der andere Kater in einem kreischenden Knäuel aus grauem und rotem Fell miteinander rangen. Feuerstern saß auf einem der gefällten Baumstämme. Mit einem lauten Jaulen erhob er seine Stimme über das Fauchen und Zischen. Halt! Ihr bleibt alle hier, befahl Charlie leise. Das hier erledige ich. Entsetzt sah Sturmpelz, wie der alte Kater mit gesträubtem Fell und wütend hin- und herpeitschendem Schwanz auf die beiden Füchse zutrottete. Die Füchse schlichen bedächtig die Böschung hinauf, wobei ihre Augen von einer Katze zur nächsten wanderten. Sturmpelz sah, dass Krähenpfote vorgetreten war, um Federschweif zu schützen und Bromberg-Kralle das gleiche für Eichhornpfote tun wollte. Aber die Donnerklanschülerin entschlüpfte seiner schützenden Flanke und baute sich neben ihm auf, legte die Ohren an und streckte drohend eine Pfote aus. »Wieso trittst du mir dauernd auf den Schwanz?«, fauchte sie. »Ich kann selbst auf mich aufpassen!« Die Füchse schlichen näher. Sturmpelz fixierte ihre spitzen Schnauzen und die kalt glitzernden Augen und versuchte zu erraten, wen sie zuerst angreifen würden. Er glaubte, dass sie die beiden zu sechst vertreiben könnten, allerdings nicht ohne ernsthafte Verletzungen davon zu tragen. Und was würde das für ihre Reise bedeuten? »Sternenclan, steh uns bei!«, betete er. Er verzweifelt. Krähenpfote, der den Füchsen am nächsten Stand, kauerte sich nieder, bereit zum Sprung. Der vorderste hatte sich ihm bis auf eine knappe Schwanzlänge genähert, als Sturmpelz hinter sich ein seltsames Geräusch hörte, eine Mischung aus Knurren und Bellen. Sofort hob der Fuchs den Kopf und blieb reglos stehen. Mitternacht war herbeigetrottet, hatte sich zwischen Charlie und Federschweifchen durchgedrängt und stand nun den Füchsen gegenüber. Erschrocken spitzte Sturmfell die Ohren, als der erste Fuchs offensichtlich eine Antwort bellte. »Ich hatte ganz vergessen, dass Mitternacht füchsisch spricht«, murmelte er mit einem Seitenblick zu Brombeerkralle. Der Donnerklankrieger nickte, ohne den Blick von den Füchsen abzuwenden. »Sie sagen, das hier Ihr Platz«, berichtete Mitternacht. »Hier herkommen heißt Ihre Beute sein.« »Fuchstung auf so einen Quatsch«, platzte Krähenpfote heraus. »Sag Ihnen, wenn Sie irgendwas anfangen, reißen wir Ihnen das Fell in Fetzen.« Mitternacht schüttelte den Kopf. »Nein, kleiner Krieger, Katzenfell fliegt, auch in Fetzen.« »Warte«, Krähenpfote trat ein paar Schritte zurück, immer noch mit wütendem Blick, und Federschweif drückte ihm die Nase in die Seite. Mitternacht sagte noch etwas zu den Füchsen. »Sage ich Ihnen, seid nur auf der Durchreise«, erklärte sie den Katzen, als sie geendet hatte. »Sage ich Ihnen, gibt reichlich Beute im Wald, leichte Beute, die kein Fell in Fetzen reißt.« Der vordere Fuchs sah inzwischen verunsichert aus, vielleicht, weil er sich wunderte, dass eine Dechsin Füchse sprach, vielleicht aber auch, weil er ihre Argumente überdachte. Aber der Zweite starrte immer noch mit gebleckten Zähnen an Mitternacht vorbei auf die Katzengruppe. Er knurrte etwas, das in jeder Sprache als Drohung zu verstehen war. Mitternacht bellte ein einziges Wort. Sie trat einen Schritt vor, erhob eine Tatze, den massigen Körper bereits zum Schlag. Da trat der vordere Fuchs den Rückzug an. Der andere Fuchs bellte nur kurz etwas und folgte. »Und wenn ihr wisst, was gut für euch ist, kommt ihr nie mehr wieder«, jaulte Krähenpfote hinter ihnen her. Sturmpelz entspannte sich und spürte, wie sich sein Fell wieder anlegte. Eichhornpfote ließ sich mit einem lauten Seufzer zu Boden fallen. Alle Katzen, sogar Charlie, sahen die Dechsin mit großem Respekt an. Brombeerkralle trottete zu ihr und neigte den Kopf. »Vielen Dank, Mitternacht«, miaute er, »das hätte hässlich ausgehen können.« »Sie hätten uns umbringen können«, fügte Federschweif hinzu. »Für einen Kampf war das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt«, gab Krähenpfote zu. »Trotzdem würde ich gern wissen, warum du uns nicht vor den Füchsen gewarnt hast. Du hast doch gesagt, dass du alles in den Sternen lesen kannst. Warum hast du uns nicht erzählt, dass sie hier sein würden?« Einen Moment lang ragte Mitternacht drohend über dem Windklanschüler auf. Ihre schwarzen Augen funkelten wütend. Krähenpfote konnte das erschrockene Aufblitzen in seinem Blick nicht verbergen, wich allerdings nicht zurück. Dann entspannte sich Mitternacht. »Sage ich nicht alles. Alles will Sternenklar nicht, dass ich sage. Viel, ja, wie Zweibeiner Wald aufreißen. Keinen Platz lassen für Katzen zu bleiben. Aber viele Antworten liegen in uns selbst. Habt ihr schon gelernt, nein?« »Wird wohl so sein,« murmelte Krähenpfote. Mitternacht wandte sich von ihm ab. »Füchse sagen, müsst ihr jetzt gehen,« erklärte sie den Katzen. »Wenn ihr seid hier bei Sonnenuntergang, greifen sie an,« sagt Fuchs Rüde. »Hat er schon probiert, Katze. Schmeckt ihm fein.« »Die Gelegenheit dazu wird er nicht mehr bekommen,« erklärte Bernsteinpelz patzig. »Wir müssen sowieso weiter,« sagte Brombeerkralle, »und Ärger mit Füchsen brauchen wir nicht. Gehen wir.« Sie blieben noch ein paar Augenblicke, um ihre restliche Frischbeute zu verzehren. Mitternacht brachte sie binnen kurzer Zeit an den Rand des Waldes. Vor ihnen erblickte Sturmpelz offenes Moorland, eine Bergkette in der Ferne und an der einen Seite die schroffen, rötlichen Umrisse des Zweibeinerortes, den sie bereits auf dem Hinweg durchquert hatten. »Wohin jetzt?«, fragte er. Mitternacht hob eine Tatze und deutete geradeaus. »Das schnellster Weg. Lauft, wo Sonne aufgeht.« »Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind,« miaute Brombeerkralle irritiert. »Wir sind durch den Zweibeinerort gekommen.« »Und den werden wir nie wieder betreten,« warf Krähenpfote ein. »Lieber kletter ich so viele Berge hinauf, wie du willst, bevor ich mich noch einmal mit diesen Zweibeinern abgebe.« »Ich bin mir da nicht so sicher,« miaute Federschweif. »Wenigstens kennen wir den Weg durch den Zweibeinerort. Und wir haben Charlie dabei, der uns helfen kann.« Krähenpfote antwortete nur mit einem verächtlichen Knurren. Sturmpelz stimmte ihm teilweise zu. Weiter oben ragten die Berghänge als nackte Felswände empor, zwischen denen vereinzelte weiße Streifen den ersten Schnee der Blattleere vermuten ließen. Er fragte sich, wie viel Schutz und Beute sie dort wohl finden mochten. »Ich stimme Federschweif zu,« miaute er schließlich. »Wir haben es einmal durch den Zweibeinerort geschafft, also kann es uns auch ein zweites Mal gelingen.« Bromberg-Krolle blickte unentschlossen von einem zum anderen. »Was meinst du, Bernsteinpelz?« Seine Schwester half ihm auch nicht weiter. »Was immer du meinst, wo wir auch lang gehen, wird es Schwierigkeiten geben, das wissen wir alle.« »Wohl wahr,« dachte Sturmpelz grimmig. »Also, ich finde,« hob Eichhornpfote an und hielt mit weit aufgerissenen Augen inne. Sie schien einen Punkt in der Ferne zu fixieren, den außer ihr keine Katze sehen konnte. »Eichhornpfote?« »Was ist los?«, miaute Bromberg-Kralle eindringlich. »Ich... ich weiß nicht.« Eichhornpfote schüttelte sich. »Entscheide dich jetzt, Bromberg-Kralle, und dann nichts wie los. Ich würde Richtung Berge weitergehen, wenn das der kürzeste Weg ist.« Sturmpelz-Schnurrhaare zuckten. Eichhornpfote hatte recht. Welche Gefahren konnte es in den Bergen geben, die schlimmer waren als die Ratten und Monster im Zweibeinerort? »Ich glaube, sie hat recht,« miaute er. »Ich stimme auch dafür, durch die Berge zu gehen.« Bromberg-Kralle holte Tiefluft. »Also gut, wir nehmen die Berge.« »Hä? Was?« Charlie hatte sich gerade mit der Hinterpfote am Ohr gekratzt, aber als Bromberg-Kralle seine Entscheidung verkündete, blickte er verwundert auf und blinzelte mit seinen großen, bernsteinfarbenen Augen. »Ihr könnt da nicht lang.« »Das ist gefährlich.« »Was ist mit...« »Ist überall Gefahr,«, fiel ihm Mitternacht ins Wort und brachte Charlie mit einem strengen Blick zum Schweigen. »Deine Freunde werden brauchen großen Mut. Weg ist bestimmt worden von den Sternen.« Mit leiser Stimme wandte sich die Dexin an Bromberg-Kralle. »Wahl nicht leicht, junger Krieger. Dein Weg vor dir liegt und haben wirst du viele Aufgaben für sichere Heimkehr.« Bromberg-Kralle sah der Dexin eine ganze Weile in die Augen. Dann trat er ein paar Schritte hinaus aufs Moor. Welche Aufgaben das auch sein mochten, er schien bereit, sich ihn zu stellen. Als Charlie sich auf die Pfoten rappelte, um ihm zu folgen, streckte Mitternacht eine Tatze aus und hielt ihn zurück. Der alte Kater fauchte mit blitzenden Augen. »Geh mir aus dem Weg!«, krächzte er. Mitternacht rührte sich nicht. »Kannst du nicht mit ihnen gehen?«, brummte sie. »Weg ist ihnen allein.« Ihre schwarzen Augen leuchteten in der Dämmerung. »Sie sind jung und kühn und werden viele Prüfungen sein. Sie brauchen eigenen Mut, den deinen nicht. Zu viel sie verlassen würden auf dich.« Charlie blinzelte. »Also, wenn du das so siehst?« Federschweif eilte zu ihm und leckte ihm kurz übers Ohr. »Wir werden dich nie vergessen, Charlie. Und auch nicht, was du alles für uns getan hast.« »Mach's gut, Charlie.« Auch Brombeerkralle verabschiedete sich von Charlie. »Und vielen Dank. Ohne dich hätten wir Mitternacht niemals gefunden.« »Und auch dir vielen Dank, Mitternacht.« Die Dexin neigte den Kopf. »Lebt wohl, meine Freunde. Möge leuchten, Sternenclan, über eurem Weg.« Die übrigen Katzen verabschiedeten sich ebenfalls und folgten Brombeerkralle ins Moor. Sturmpelz bildete den Schluss. Als er sich noch einmal umwandte, sah er Charlie und Mitternacht Seite an Seite unter den äußersten Bäumen sitzen und ihnen nachblicken. Sturmpelz winkte ihnen mit dem Schwanz ein letztes Mal zu. Dann richtete er den Blick voraus auf die Berge. Auf Feuersterns laut gejaultes Kommando ließen Farnpelz und der graue Schattenklankrieger voneinander ab. Auch Graustreif blickte von dem Tigerkater auf. »Lass ihn los,« befahl Feuerstern. »Wir sind nicht gekommen, um zu kämpfen.« »Wie soll das gehen, wenn man angegriffen wird?«, fauchte Graustreif. Blattpfote sprang über den matschigen Boden, um sich neben Rußpelz aufzustellen. Rostfell deutete mit der Schwanzspitze auf den dunkelgrauen Kater. »Zedernherz, geh zurück ins Lager. Berichte Schwarzstern, dass wir überfallen worden sind und kehre mit mehr Kriegern zurück.« »Das ist nicht nötig,« erklärte Feuerstern mit freundlicher Stimme. »Wir haben euch nicht überfallen und wir werden auch keine Beute stehlen.« »Was wollt ihr denn dann?«, erkundigte sich Rostfell, schlecht gelaunt. Feuerstern sprang von seinem Baumstamm und trat zu ihr. »Ich, ich weiß, dass wir uns hier nicht aufhalten sollten. Ich möchte einfach nur mit Schwarzstern sprechen. Etwas ist geschehen, etwas Dringendes, das nicht bis zur nächsten Versammlung warten kann.« Rostfell knurrte ungehalten. »Was ist denn so dringend?«, Feuerstern deutete mit der Schwanzspitze auf die spärlichen Bäume, dorthin, wo die Zweibeiner-Monster ihre Schneise der Verwüstung hinterlassen hatten. »Ist das nicht genug?«, fragte er. Rostfell brachte ihn mit einem wütenden Fauchen zum Schweigen. »Wenn du glaubst, der Schattenklang sei geschwächt!« »Das habe ich nicht gesagt!«, protestierte Feuerstern. »Ihr müsst aber gesehen haben, dass wir das gleiche Problem in unserem Territorium haben. Also, willst du uns jetzt fortjagen? Oder wirst du uns mit Schwarzstern reden lassen?« Rostfell kniff nachdenklich die Augen zusammen. Dann nickte sie kurz. »Na gut, mir nach!« Sie lief voraus durchs Gebüsch, die Donnerklankatzen blieben dicht zusammen und folgten ihr. Der getigerte Schattenklankrieger bildete den Schluss. Bald wehte von vorn ein stärkerer Schattenklangeruch auf sie zu, und Rostfell führte sie um ein dichtes Haselgestrüpp herum. Blattpfote erstarrte, als sie eine lange Reihe Katzen vor sich sah. Drahtige Krieger mit gespannten Muskeln und einem angriffslustigen Leuchten in den Augen. Hinter ihnen erhob sich eine mächtige Wand aus Brombeerranken. »Das ist das Lager des Schattenklans!«, flüsterte Rußpelz Blattpfote zu. »Sieht nicht so aus, als ob uns Schwarzstern hineinbitten wollte.« Der Anführer des Schattenklans stand in der Mitte seiner Krieger. Ein riesiger, weißer Kater mit schwarzen Pfoten und in Spuren wilder Kämpfe im Gesicht. Als die Donnerklankatzen auftauchten, trat er vor und fixierte Feuerstern mit Augen, die zwischen schmalen Schlitzen hindurchfunkelten. »Was hat das zu bedeuten?« »Glaubt der große Feuersterner kann im Wald herumstreifen, wo es ihn beliebt?« Feuerstern ignorierte die Verachtung in Schwarzsterns Stimme und neigte nur den Kopf. »Ich bin gekommen, um mit dir darüber zu sprechen, was die Zweibeiner anrichten,« hob er an. »Wir müssen entscheiden, was wir tun sollen, wenn das so weitergeht.« »Wir? Wen meinst du mit wir?« »Der Schattenklan bespricht sich nicht mit dem Donnerklan,« blaffte Schwarzstern ihn an. »Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen.« »Aber sie zerstören den Wald!« Blattfote hörte die Verzweiflung in der Stimme ihres Vaters und wusste, wie schwer es ihm fiel, Ruhe zu bewahren. Schwarzstern straffte seine mächtigen Schultern. »Feuerstern! Du gerätst in Panik wegen nichts! Zweibeiner sind verrückt, das weiß selbst das kleinste Katzenjunge. Stimmt, sie haben ein paar Bäume ausgerissen, aber inzwischen sind sie sowieso schon wieder weg. Was auch passiert sein mag, es ist vorbei.« Blattfote fragte sich, ob Schwarzstern das wirklich glaubte. »Und wenn es nicht vorbei ist?« fragte Feuerstern standhaft. »Wenn es schlimmer wird?« »Die Beute ist verschwunden, wo die Zweibeiner gewesen sind. Was ist, wenn die Zweibeiner in unseren Territorien noch mehr aufhühlen?« »Was willst du in der Blattleere tun, Schwarzstern, wenn du deinen Clan nicht ernähren kannst?« Der eine oder andere Schattenkleinkrieger war unruhig geworden, aber ihr Anführer starrte Feuerstern unverwandt an. »Wir fürchten die Blattleere nicht,« miaute er. »Wir können immer noch Ratten vom Krähenort essen.« Rußpilz zuckte ungehalten mit den Ohren. »Hast du vergessen, was geschehen ist, als ihr das zum letzten Mal probiert habt? Der halbe Clan ist an der Krankheit gestorben.« »Das ist wahr!« Ein kleiner Tigerkater, der am Ende der Reihe kauerte, erhob tapfer die Stimme. Blattfote erkannte Kleinwolke, den Heiler des Schattenclans. »Ich selbst war auch krank. Ich wäre gestorben, wenn du nicht gewesen wärst, Rußpilz.« »Schweig, Kleinwolke!« befahl Schwarzstern. »Die Krankheit war eine Strafe des Sternenclans, weil Nachtstern nicht ordentlich zum Anführer erwählt worden ist. Jetzt besteht keine Gefahr, Nahrung vom Krähenort zu essen.« »Gefährlich wird es, wenn ein Anführer seinem Heiler das Wort verbietet,« entgegnete Rußpilz scharf. Schwarzstern funkelte sie an, sagte aber nichts. »Hör mich an,« begann Feuerstern erneut. »Ich glaube, dass dem Wald große Probleme bevorstehen, die wir nur überleben werden, wenn wir zusammenhalten.« »Maisetung!« fauchte Schwarzstern. »Versuch nicht mir vorzuschreiben, was ich tun soll, Feuerstern. Wenn du irgendwas zu sagen hast, dann solltest du deine Rede auf der nächsten Versammlung beim Baumgefährt vortragen.« Blattfote fand, dass der Anführer des Schattenclans nicht ganz Unrecht hatte. Andererseits wusste sie, dass die Zweibeiner mit ihrer Verwüstung des Waldes nicht bis zum nächsten Vollmond warten würden. »Also gut, Schwarzstern,« miaute Feuerstern enttäuscht. »Jetzt ist es soweit,« dachte Blattfote voller Panik. »Er gibt auf. Der Wald wird zugrunde gehen.« »Wenn du es nicht anders willst,« »sollten die Zweibeiner jedoch zurückkehren, hast du meine Erlaubnis, einen Botschafter ins Donnerclan-Territorium zu schicken, und wir werden weiterreden.« »Großmütig wie immer, Feuerstern,« miaute Schwarzstern verächtlich. »Aber was auch geschehen wird, wir werden damit allein fertig.« Da gab seiner zweiten Anführerin mit der Schwanzspitze ein Zeichen. »Nimm dir einige Krieger und geleite diese Katzen zur Grenze unseres Territoriums,« befahl er. »Geht jetzt!« Dieser Aufforderung konnte man nur Folge leisten. Feuerstern machte kehrt und bedeutete seinen Katzen ihm zu folgen. Blattfote war froh, als der Tunnel unter dem Donnerweg in Sichtweite kam, und als er hinter ihr lag, lief sie mit noch größerer Erleichterung auf den Teil des Waldes zu, in dem sie zu Hause war. Nachdem sie jetzt in ihr eigenes Territorium zurückgekehrt waren, verbarg Feuerstern seine Enttäuschung nicht mehr. Blattfote tat er leid. »Vielleicht können wir versuchen, mit dem Windclan zu reden,« flüsterte sie Rußpelz zu, als sich die Patrouille dem Lager näherte. »Vielleicht hatten die da auch Schwierigkeiten. Das könnte der Grund sein, warum sie dem Flussclan Fische gestohlen haben.« Sie bezog sich dabei auf die wütenden Vorwürfe von Habichtfrost, einem Flussclankrieger, auf der letzten großen Versammlung. »Wenn das überhaupt stimmt.« »Es ist niemals bewiesen worden,« sagte Rußpelz. »Trotzdem, Blattfote, das ist vielleicht keine schlechte Idee.« »Dann sollte Feuerstern vielleicht mit Riesenstern sprechen?« »Riesenstern ist sein stolzer Anführer. Niemals würde er zugeben, dass sein Clan am Verhungern ist,« miaute Rußpelz. »Aber irgendwas muss Feuerstern doch tun.« »Vielleicht hat Schwarzstern recht, und er sollte bis zur nächsten großen Versammlung warten. Aber wenn ich eine Möglichkeit sehe,« Rußpelz unterbrach dem Protest ihrer Schülerin, »werd' ich mit ihm reden.« Sie hob den Blick ihrer blauen Augen zum wolkenverhangenen Himmel. »Ansonsten können wir nur beten, dass der Sternenclan Mitleid mit uns hat. Egal, was passiert.« »Am Verschweif, bist du da?« Blattfote stand vor dem Bau der Krieger und versuchte, zwischen den Zweigen hindurch zu spähen. Es war früh am nächsten Morgen und eine dichte Nebeldecke lag über dem Lager. Am Verschweif steckte verschlafen blinzelnd ihren Kopf aus dem Bau der Krieger. »Blattfote,« gähnend riss sie das Maul weit auf. »Was ist los?« »Entschuldige,« miaute Blattfote, »aber ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Bist du für die Morgenpatrouille eingeteilt?« »Nein, worum geht es denn?« Blattfote holte Tiefluft. »Ich will dem Windclan einen Besuch abstatten. Würdest du mich begleiten?« Am Verschweif riss die Augen weit auf. »Und was ist?« »Wenn wir einer Windclan-Patrouille über den Weg laufen?« »Das dürfte nicht weiter schlimm sein. Ich bin eine Heilerschülerin, also darf ich alle Territorien zwischen hier und den Hochfelsen betreten.« »Bitte, Am Verschweif. Ich muss einfach wissen, ob der Windclan auch in Schwierigkeiten steckt.« Abenteuerlos blitzte bereits in Am Verschweifs Augen. »Ich bin dabei,« verkündete sie. »Machen wir uns gleich auf, bevor uns irgendeine Katze erwischt.« Sie schossen über die Lichtung zum Ginstertunnel. Alles war grau in grau, und obwohl das Morgenlicht allmählich heller wurde, ließ die Sonne sich nicht blicken. Als sie jedoch beim Baumgefiert eintrafen, lichtete sich der Nebel. Über dem Fluss war die Decke noch dicht. Erst als sie das andere Ufer hinaufkletterten, traten sie in helles Sonnenlicht. Als sie am Rand der Senke um das Baumgefiert herumliefen, spürte Blattfote eine Brise, die vom Moorland direkt auf sie zuwehte. Sie hielten einen Moment inne, ließen sich den Wind durch das Fell blasen und öffneten die Mäuler, um die Luft zu prüfen. »Windklan«, miaute Am Verschweif. »Aber irgendwas ist komisch.« »Ja, und keine Spur von Kaninchen«, fügte Blattfote hinzu. Sie zögerte noch einige Herzschläge, dann lief sie voraus über die Grenze. Die beiden Katzen rannten von einem Ginsterstrauch zum nächsten, um die sparsame Deckung, die das Moorland bot, so gut wie möglich auszunutzen. Blattfote wollte schnellstens so viel wie möglich in Erfahrung bringen und dann gleich in die Sicherheit ihres eigenen Territoriums zurückkehren. Sie eilte zum Gipfel einer kleinen Anhöhe, von der man den Donnerweg überblicken konnte, duckte sich ins Gras und Späte hinunter. Am Verschweif fauchte leise. »Na, damit sind ja wohl sämtliche Zweifel ausgeräumt«, miaute sie. Vom äußersten Ende des Territoriums zog sich entlang des Donnerwegs eine lange Wunde, wo das Moorgras aufgerissen worden war. Die gleichen kurzen Holzpflöcke, die Blattfote am vergangenen Tag im Schattenklanterritorium gesehen hatte, markierten den Streifen, der sich über das Moorland zog und am Fuß des Hügels, auf dem sie und Amperschweif kauerten, abrupt endete. Dort hockte reglos ein schimmerndes Monster. »Wo sind seine Zweibeiner?« flüsterte Amperschweif. Blattfote sah sich nach allen Seiten um, aber überall herrschte Stille. Eine bedrohliche Stimmung lag über der aufgerissenen Landschaft. Sie hörten einen Jaulen aus der Ferne. Blattfote sprang auf und wirbelte herum. Drei Windklankrieger kamen auf sie zugerannt. »Das gibt Ärger«, murmelte Amperschweif. Bevor sich Blattfote entscheiden konnte, ob sie wegrennen oder bleiben sollten, um mit den Kriegern zu reden, hatten die Windklankatzen sie umringt. Mit sinkendem Mut erkannte sie den angriffslustigen zweiten Anführer Moorkralle und den getigerten Krieger Fetzohr, den dritten Tigerkater, kannte sie nicht. Lieber hätte sie sich mit dem Anführer Riesenstern auseinandergesetzt oder mit Feuersternsfreund Kurzbart, die sich vermutlich eher anhören würden, was sie zu sagen hatte. »Und was habt ihr in unserem Territorium zu suchen?« wollte der zweite Anführer des Windklans wissen. »Ich bin Heilerschülerin«, erklärte Blattfote und neigte respektvoll den Kopf. »Ich bin gekommen, um...« »Um zu spionieren!« Das war Fetzohr, dessen Augen wütend funkelten. »Glaubt ja nicht, wir wüssten nicht, was du vorhast!« Inzwischen standen die Windklankatzen dicht vor ihnen, sodass Blattfote sehen konnte, wie dünn sie waren. Angstgeruch ging in Wellen von ihnen aus, unter dem sich der Geruch ihrer Wut kaum bemerkbar machte. Offensichtlich litten sie unter Beutemangel. »Es tut mir leid. Wir wollten bloß...« hob sie noch einmal an. Moorkralle fiel ihr mit einem panischen Aufschrei ins Wort. »Angriff!« Fetzohr warf sich auf Blattfote. Die beiden Donnerklankatzen waren zahlenmäßig und rangmäßig unterlegen. Davon abgesehen waren Amperschweif und sie nicht auf einen Kampf vorbereitet. »Lauf!« jaulte Blattfote. Sie wich Fetzohrs ausgefahrenen Krallen aus, wirbelte herum und floh Richtung Grenze, den Bauch dicht am Boden. Amperschweif rannte an ihrer Seite. Die Grenze kam in Sicht, aber Blattfote blieb kaum Zeit zu realisieren, dass sie zu sehr in Richtung auf den Fluss zusteuerten, als sie Duftmarken registrierte. Windclan zusammen mit Flussclangeruch. »Oh nein!« rief sie aus. »Jetzt sind wir im Territorium des Flussclans gelandet.« »Lauf weiter!« keuchte Amperschweif. »Es ist nur ein kurzes Stück von hier bis zum Donnerklan-Territorium.« Blattfote riskierte einen Blick, um herauszufinden, ob die Windclan-Patrouille sie immer noch verfolgte. »Sie holen uns ein!« japste sie. »Wir werden kämpfen müssen! Wir können sie nicht in unser Territorium locken!« Sie und Amperschweif wirbelten herum und stellten sich ihren Angreifern. Als Moorkralle sie ansprang, sah Blattfote einen Streifen goldenen Fels aus einem Gestrüpp in der Nähe herausschießen. Es war Mottenflügel, die heiler Schülerin des Flussclans. Dann stieß Moorkralle mit Blattfote zusammen und sie versuchte, mit einer Seitwärtsrolle am Boden, den wild um sich schlagenden Krallen zu entkommen. Sie wollte sich umdrehen und ihm die Zähne in den Hals schlagen, aber der drahtige zweite Anführer hatte so viel Kraft, dass er sie wie ein hilfloses Stück Beute am Boden festhielt. Mit einem enormen Kraftaufwand gelang es ihr, ihn abzuschütteln, und dann versuchte sie, mit den Hinterpfoten seinen Bauch zu attackieren. Plötzlich wurde sein Gewicht von ihr gehoben, und Moorkralle suchte mit den Krallen neben ihr halt. Blattfote rappelte sich auf die Pfoten und sah, wie Mottenflügel ihm heftig eins über beide Ohren zog. »Verschwinde aus unserem Territorium«, fauchte sie, »und nimm deine räudigen Gefährten zu hauen und baustvolle Tagen! Ich bin weg!« Je tatt Sprit, »und nimm deine montage Cía, »und nimm deine policy firm«, »und nimm deine